Ich finde, er ist ein echter Gewinn für die Firma. Er ist immer dort, wenn ich etwas vergessen habe. Und er schafft das, was sonst keiner kann. Das Ziel ist, dass unsere Mitarbeiter sicher arbeiten können und ein sicheres Arbeitsumfeld haben. Und deswegen schulen wir unsere Leute auch regelmässig zum Thema Arbeitssicherheit. Auch unsere Maschinen werden regelmässig gewartet und kontrolliert. Es freut mich sehr, dass man dort jetzt ein wenig extra Hilfe erhält. Ich gehe mit Sirius regelmässig in die Hundeschule. Wir lernen dort Ausdauer, Geschicklichkeit und natürlich das soziales Verhalten. Und wenn ich die Reaktionen der Mitarbeiter sehe, freut mich das mega. Oh, das ist das einfach. Ich bin jetzt 15 Jahre alt in der Branche und es hat mich tatsächlich noch niemand so charmant an das Thema Arbeitssicherheit angeführt. Ja, Sirius sollte wirklich etwas öfters bei uns vorbei schauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017